Sehr geehrte Damen und Herren und andere Entitäten, liebe Avatar-Hillen. Weihnachten ist ja nun auch schon wieder vorbei. Und nachher kann man hier auch eine kleine Bilanz ziehen, ein Resümee. Und zwar, ich denke, sie folgt. Ja, soweit Sasso. Und dann, heute geht es ein bisschen länger, eventuell teilt ihr euch das auf und kriegt das dann mehrere Minuten. Also, eventuell teilt ihr euch das auf jeden Tag. Und fix. Ja, ähm. Ja, die Angrößen habe ich, ne. Weihnachten auch noch, auch, auch, auch. Und als nächstes, ne, eigentlich ein bisschen durcheinander mal wieder, ne. Äh, ja, ähm. Genau, und dann wollte ich auf Themen zu sprechen kommen. Auf Themen, ne. Also, erstmal so, die, ähm, großen Themen, und wenn sie dann, ähm, ja. Bei den großen gesellschaftlichen Themen, ne, da haben wir, äh, haben wir einmal die U-Welt natürlich. Die U-Welt hat leider, äh, keine Fortschritte gemacht, äh, der Umweltschutz und Ähnliche, ähm, aus meiner Sicht. Und, äh, alle, die großen, äh, Verantwortlichen und auch mir selber sind tatsächlich weiter aufgefordert, nach zu kämpfen, ne. Und, ähm, ja, ich kenne es dazu, ist ja, haben wir durchaus Verständnis und so für die sogenannten Klimaklima, ne. Also, und das zweite Thema ist Frieden. Die meinen großen Kriegsschau-Fresse, äh, kennt ihr. Äh, äh, ihr seid informiert. Und, äh, ich denke, ich betrachte mich schon, eigentlich schon immer als ernsthaften. Ernsthaften. Ernsthaften, äh, Transifisten, und ich muss wirklich sagen, dass, äh, Leben ist in diesen Zeiten, äh, für mich etwas schwierig geworden, natürlich, ne. Und, äh, äh, schwierig, weil, äh, äh, einerseits ist es als ernsthafter, tatsächlich relativ einfach, also, alle Massen, alle Gewalt gegen Lebewesen, ähm, lehne ich ab, ne, und, äh, brauche von daher nicht praktisch, strategisch, weil wir immer leben und wir immer Massenfassungen, äh, Gesang machen und ähnliches. Auf der anderen Seite, ähm, ist es so, dass, ähm, wenn man euch für Frieden einträgt, dann, äh, lauern da Gefahren von Schubladen und von Zuschreibungen, die absolut nicht in Ordnung sind. Also, auf der einen Seite als, äh, äh, Russlands-Versteher oder Putin-Versteher oder gar, äh, Putin-Fan, ne, äh, äh, ganz sicher nicht, ne. Ja, und auf der anderen Seite, im anderen Krisengebiet, äh, lauert die, äh, zu da man wäre, äh, äh, öh, äh, anti-israelisch, anti-zionistisch, anti-semitisch und jügig, ne. Auch das ist für mich völliger Unwürde, ein bisschen einfach für Feen. Es wurde dann gesagt, ja leider gibt es überhaupt keine Alternativen gegenüber Bomben, Granaten, Verwunden, Verstümmeln, Töten, es gibt keine Alternativen. Ich will euch damit jetzt nicht langweilen, ich habe so ein kleines Lieflein zusammengefasst in Stichworten und ich blende das gleich mal kurz ein. Also ich denke, so alternativlos ist das alles nicht. Ja gut, nächstes Thema. Ach ja, auch der Charmanac soll natürlich hier wieder seinen Platz finden und einen Teil davon möchte ich in einem kleinen Gewinnspiel verbinden. Nachdem muss ich eben kurz die Katrone wechseln. Das habt ihr ja gesehen, da habe ich auch noch mehr von. Also im Moment, andere Pullover, T-Shirt. So, da wäre ich wieder ein neues T-Shirt von mir. Ich habe ja meistens welche zu ernsten Themen, ist das eigentlich auch. Nur man lässt es vielleicht nicht so vor. Ich gucke immer nach oben, weil es pullover meine Wechsel oben ist, die unten. Nicht irritieren lassen. Bitte. Also ja, mein neues T-Shirt. Ich versuche euch das zu zeigen. Bitte dann auffassen oder Screenshots machen. Also das wäre dann hier, ja, so. Ich denke, man erkennt das alles recht gut. Es ist also ein Wärme-Tief, ein Wärme-Tief. Da laufen ja viele Menschen mit herum. La Costa oder sowas. Und Mieke oder Mike oder so. Ihr wisst schon. Und ich, als Rentner jetzt, da kommen wir noch zu, brauche ich einen Nebenverdienst. Da könnte ich ja auch sehr gut laufen. Das wäre für diese Höchst-Ehrenwerten, wenn auch fiktiven Firmen. Und das Spielspiel ist so. Die Gewinner, die ersten drei Gewinner, denen schlage ich Preise vor, in drei Stück. Und dann könnt ihr einen aussuchen. Ich historiere das, ne? Aber die Aufgabe wäre also, diese Firmen zu benennen, ne? Und halbwegs korrekt, ne? Und wer möchte, kann auch noch dazu fallen, aus welchem Film oder Filmferien, aber nur, wie die Firmen jetzt reichen, ne? Also, Firmen oder, ich muss genauer sagen, äh, äh, genauer gesagt, auch für Organisationen, Firmen, äh, oder in dem einen Fall auch eigentlich ein bestimmtes, äh, Produkt. Ja, das wäre das so. Äh, was anderes, äh, ich wollte euch noch eins von meinen, äh, ich kaufe ja immer so Zeugs, ne? Äh, äh, ähm, für kreative Zwecke, ne? Damit kann man, äh, jetzt, äh, Geldscheine prüfen, auf Echtheit, ne? Und, ähm, man kann auch im Saas die Wände beleuchten, aber wer ein rheinischer Mensch ist, macht das vielleicht immer nicht. Äh, manche kennen das vielleicht noch früher aus dem Disco, ne? Die, Disco, ne? Äh, äh, ähm, und zwar, äh, schwarz nicht, ne? Vorsicht, jetzt nicht in, äh, äh, ein bisschen arg hellen, ne? Äh, ich versuch mal, es hier in der Wohnung etwas anzuleuchten, ne? Und, um den Effekt, äh, zu, äh, zu verdeutlichen. Aua! Der, äh, der Testung ist mir... Der Geräuschton ist mir immer den Tee, äh, gewollt, ne? Ich weiß nicht, ob's jetzt zum Hut rauskommt. Also, alle, äh, weißen Flächen, äh, die, äh, strahlen, ganz enorm, ne? Das ist, äh, um, nicht schwer, ne? Äh, 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 die strahlen ganz enorm. Und auch, äh, die, äh, von Natur aus, wo in Neonsfarben sind, äh, die machen dann auch, äh, ganz viel her. Und da haben's, äh, da hinten noch, so ist, bevor sie da war, ähm, äh, 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 Mal gucken, ob's klappt. Ähm, also. Ich kann auch, ähm, äh, 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 ähnliche weiße Fläche mit. Ähnliche weiße Fläche läufelt das dann ganz enorm, ne? Aber, also kommt im Original, äh, noch wenig später runter, Ich will euch gleich nicht zu lange mit aufhalten, aber es ist ein hübsches Spielzeug, die kreativ sehen und überhaupt. Wir haben heute auch noch eine Großecke, nicht verpassen, ein bisschen dran. Ja, T-Shirt und Lampe, ihr könnt mir dann die Lösung von dem T-Shirt, okma1stionline.de oder sonst irgendwie. Ja, jetzt wollte ich noch zu einigen persönlichen Dingen kommen, wer nur an der Selbstpolitik interessiert ist, der kann jetzt mal vorspulen oder so. Ja, persönliche Dinge, weil die Haft-SFG-Gemann, also einmal gibt es jetzt Rentenmark, Rentenmark von Moro, im Zeitpunkt 1.12. genau genommen, und das wird dann noch finanzielle Einbußen erbringen, aber schauen wir mal, da gibt es die Verleihung, was hier Empfängerinnen oder Berechtigten, beziehungsweise Bürgergeld, ne, Rainer heißt ja jetzt Pfingst, ne, bin ich immer noch deutlich kriminalisiert und das weiß ich auch, ne, aber es wird eine Umstellung und ich kümmer meine Messe. Ähm, das ist dann 1.12., ne, in der Messe verbunden ist natürlich ein Symbol, dass ich, äh, jetzt offiziell zum alten Alten gehöre, alt und bin, ne, also jener, jener will es werden, keiner will es Wein, ne, aber was soll man machen, ne, ich bin, ich bin ein bisschen in keiner Kirche und Sekte, die mich da irgendwie, äh, folgen können, aber ich habe trotzdem eine Weltanschauung, und rein zufällig, äh, habe ich natürlich auf seiner Seite auch schon ein, äh, Buch dazu geschrieben, ne, ich habe aber keinen Missionseifer, ne, weil, das könnte mich ja auch irren, aber ich glaube nicht, ne, ähm, ist Pantheismus, Pantheismus, Hilfsschaft, ja, teilweise so, ne, ähm, aber nach und nach, ne, Schleifwärmung, ähm, was die Krühe verlegt, ne, egal, ähm, ja, ich bin alt, ähm, ja, äh, das ist ein Armin, hat jetzt allerdings einen Vorteil, ich kann nochmal ein bisschen klarer sagen, ähm, dass mein so genannter Autobiografischer Roman, dass er, äh, eigentlich nichts von einem Roman hat, außer, dass ein paar Namen verändert wollen, ähm, und das auch, äh, ich sag's auch, äh, schlicht nicht eher ungeschickt, aber eine Frau Ruckstein, und so, ne, ne, könnte man hier in der Gegend drauf kommen werden, ähm, ja, ähm, ja, also es ist kein, kein Roman, es ist kein Weiß, ähm, es ist schlicht und einfach eine Biografie, ne, eine Autobiografie, und was da an Fakten drinsteht, äh, ist eins zu eins, so, wie in dem Film, kann ich auflegen, kann ich aufweisen, äh, äh, entschuldigt, dass ich schon wieder nach Schleifwärmung mache, aber, äh, ich hab noch nicht genügend, ich hab noch nicht genügend Ärger bekommen, deswegen, und, äh, das würde ich eigentlich doch sehr gerne, ne. Äh, wenn mir übrigens aktiv helfen möchte, ich hab mir jetzt noch mal, aktiv helfen möchte, ich hab jetzt noch mal, äh, äh, ein bisschen investiert, und hab mir einige Blöcke von diesen, äh, Flyern bestellt, also, ich schicke gern, äh, euch 5 oder 10 oder 25 zu, die könnt, schenke ich euch gern zu, die könnte man, äh, irgendwo, versehend nicht, äh, liegen lassen, oder, sogar die heißt, verteilen, wär, mächtig, nett von euch, weil, ich denke, ich hab viele Sachen finden, äh, die können so nicht bleiben, und, die müsste man ändern, ne. Ähm, ähm, ja, das war jetzt die Schleifwärmung, ähm, ähm, ne, ne, äh, Reifschläge am Ende, die kommen noch nicht, ähm, haben wir noch, ähm, ähm, ach ja, 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 das ist vielleicht interessant, äh, 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 ich plane im Moment, im Sinne meiner Umsetzung eines, im Fuß, ne, äh, 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 einer Aktion, ich hatte mit einer meiner meinen ähm, Rechtsschutzversicherungen, mal von Tast aufgenommen, ob, äh, das was in den letzten neun Jahren und zwei Wochen so gelaufen ist, äh, ob ich noch nicht noch irgendwas machen kann, hinsichtlich meines, äh, 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 geschätzten Arbeitsgebers, der nicht gesehmütigt und Zeit gestellt hat, und euch euer Steuerngeld geschlaut hat. Das kam dann erstmal heraus, ja, ne, leider eigentlich nicht, also schriftliche Entschuldigung oder, äh, äh, irgendetwas in der Art, also eigentlich ist nichts mehr zu machen, aber es gibt neue Urteile vom EU-Berichtshof, äh, von 1918, 19 und von 1923, wenn der Arbeitgeber nicht daran erinnert, dass noch Urlaub zu nehmen ist, dann verfällt der Urlaub nicht. Und ich hab zwar Ende 2014, hab ich mal aus ganz wichtigen Gründen, mal einmal, glaub ich, fünf Tagen genommen, einmal einen Tag, ansonsten hab ich da nicht dran gemacht und hab mich auch nicht vertraut, weil ich wollte ja immer noch reichstehen, weil, man, und so hat sich ja immer umgeschaut, nach, äh, Einsatzstellen für mich, ne, dass man immer mal reichste standen bin, ne, also langer Rede vollkommen hin, ähm, es ist durchaus sehr gut möglich, dass mir noch eine Urlaubsabwertung für ungefähr 300 und zwei Arbeitstage, wenn es so steht. Ja, ich weiß, äh, die Zahlen sind ja ein bisschen rechtjährig, aber, äh, ähm, ich weiß nicht, ob das Geld nicht von mir ansonsten aufgehoben wäre. Eine ganz feste Spende in vierstelliger Höhe wird auf jeden Fall mal eine gemeinnützige Organisation, äh, bekommen, die sich nicht Mombing, beziehungsweise, äh, konkreter gesagt nicht, Wossing beschäftigt und auch sonst würde ich kreative und soziale Dinge damit anfangen, ne, also von daher, wer mag, sagt, mir ein Glück wünschen für diese kleine Aktion. Ja, äh, ich halte euch auf dem Laufenden, ne, und was kommt, ah, ja, natürlich, ganz wichtig, ganz wichtig, ne, Ich habe mir dann, ähm, in den Medien, in den Social Mania, habe ich dann gesagt, wer möchte gerne meinen Großmutter oder irgendwen über mich grüßen, ne, Ja, weil ich stelle dann diese Öffentlichkeit her, so wie ich aus den vergangenen Jahren weiß, schauen ja mehrere Menschen nach und nach meine Reisen an, ja, und das ist ja schon mal was, ne. Ähm, ja, und dann, ähm, haben sich auch, äh, mehrere Leute gemeldet und sehr gerne, sehr gerne, äh, äh, lese ich das mal was vor. Äh, äh, ich fange mal an mit, äh, einer, äh, von denjenigen, Renate, äh, Chef, aus L. Ähm, sie sagt jetzt, sag doch mal, was, na, rentner. Ja, und dann möchte ich gerne meine Kinder und Enkel grüßen, Sebastian, Diana, ihren Partner, Sina und Prinz, und die Enkel, Mester, Enia, Milan, Mah, Mahis, Mahis, habe ich hoffentlich, das ist nicht ausgesprochen, und Yari, zum Teil, kenne ich diese Person sogar, äh, zumindest von, äh, Filmen und Folgen, und, äh, Ich begrüße sie sehr, sehr gerne. Dann habe ich noch die Gami, 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 Gami E-Funk von Facebook. Die fragt mich etwas, lächelst immer Kassen, Kassen zu sagen, und, äh, möchte euch informieren, dass die Vorurteile immer Kassen, äh, absolut, äh, nicht zu sprechen können. Also die, äh, also die, äh, können wir so sagen, die Kassen, so und zweimal, äh, äh, die Kassen nicht zu. Und ganz konkret, ähm, äh, äh, grüßt sie hiermit, äh, weiß gut so, äh, 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 liebe Kassen. Sie begrüßt die Kassen Rumo, Max und, äh, Flögel. Ach ja, und ihren, äh, äh, Bruder, äh, Finif grüßt sie auch noch, ne, also in dieser Reihenfolge. Ja, und ganz wichtig auch noch, ähm, von, äh, Finif Johannes, äh, Seefunk. Er möchte, da geht es auch um, äh, Kassen, inziehungsweise um einen Vater. Und zwar, äh, äh, er grüßt den, äh, Bruder, Max, von seinem Vater, Morris. Ja? Also auch sehr gern von mir begrüßt. Ja, ich habe mich an was fast geschafft. Ich glaube, dass ich, äh, mit, äh, mit Abstand einer meiner längsten Reden, äh, wahrscheinlich, äh, vor Unigem, noch weniger, ne. Aber, okay. Äh, 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 es muss natürlich sein, ähm, äh, ich habe noch meine üblichen drei Tipps. Es könnte ja sein, dass ihr die schon vorigen Jahr wieder vergessen habt, ne. Also, immer ein Euro mehr als ursprünglich zu planen für wohltätige Zwecke spenden. Ein guter Vorsatz fürs nächste Jahr. Und immer ein Buch mehr lesen als ursprünglich geplant. Auch sehr wichtig, ne. Ein, 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 ein medizinischer, wichtiger Tipp, äh, aus eigener, äh, leichter Erfahrung damals geboren. Kauft niemals. Kauft niemals. Kauft niemals die Sachen in der fassenden Entfolge. Tut es nicht. Es war, ich sag mal, ganz schlimm bei mir. Es hat, äh, sehr juchzt, so krass, äh, 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 und, ähm, Spuren hinterlassen, äh, äh, es hat keinen Sinn. Immer wenigstens eine Nummer größer, vielleicht auch zwei, ne. Also, äh, wir tun euch da etwas Gutes, ne. Und falls ihr da noch nicht drunter geliehen habt, ne, ähm, gut und schön, aber, ne. Ich so, ich so. Ja. Und das war's dann für heute. Ihr habt uns überstanden. Äh, ich auch. Und ich wünsche euch, ähm, mal gucken. mal gucken. Ein Futter in allen Händen Und See you